Willkommen zu einer weiteren Folge der Videoserie, wo ich einmal alle Lernfelder der IT-Ausbildungsberufe vorstelle. Heute, Lernfeld 3, Clients in Netzwerke einbinden. Als Clients versteht man unterschiedliche Geräte, wie zum Beispiel Computer, Drucker, Router, Switches, die an ein bestehendes Netzwerk angebunden werden müssen. In dem Lernfeld informierst du dich über den Aufbau von Netzwerken, beispielsweise über Topologien, über das Schichtenmodell, IP-Adressen, Routing und Switching und beispielsweise VPNs. Du lernst, wie man Netzwerke für einen Kunden plant und anhand verschiedener Leistungskriterien und des bestehenden Netzwerks dieses integriert. Weitere Inhalte sind zum Beispiel die ganzen Netzwerkleitungen, wie beispielsweise Koaxialleiter oder Lichtwellenleiter. Du lernst über die verschiedenen Schnittstellen, beispielsweise USB oder HDMI und generell alles über digitale Infrastruktur und Netzwerke. Das heißt, wenn du schon mal das Wort Subnetting gehört hast, dann wird das in diesem Lernfeld auf jeden Fall drankommen.